Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir einen Fuß mit einem Regenbogennagellack zeichnen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Beginnen wir mit dem Zeichnen. Zuerst zeichne ich einen Fuß mit den 5 Zehen und einigen schönen Nägeln. 1, 2, 3, 4, 5 Ausgezeichnet! Jetzt werde ich einen Nagellack zeichnen. Nun dekorieren wir ihn so. Jetzt zeichnen wir ein niedliches Gesicht dafür. Ich zeichne ihre Augen und ihren lächelnden Mund. Die Wangen ausgezeichnet! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich male den Fuß mit diesem Creme-Marker an. Für die Nägel werde ich die Farben des Regenbogens verwenden. Für den großen C benutze ich Rot. Dann Orange. Für den mittleren benutze ich Gelb. Und hier Grün. Schließlich Blau für den kleinen C. Ich male die Unterseite und die Oberseite mit diesem violetten Marker an. Rosa für den Pinsel. Rot. Orange. Gelb. Und grün. Und grün. Hellblau. Erstaunlos! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Ciao. Wir sehen uns im importa sib来isch. Wir sehen uns im Video. Vil注! Wir sehen uns im Video.